Seit Anfang Dezember herrscht in der August-Bebel-Straße viel Betrieb. Denn die ersten Mieter der Meldehöfe ziehen hier in ihren neuen Wohnungen. Der erste Bauabschnitt zur Straßenseite ist damit fertiggestellt. Alle 20 Mietwohnungen sind bereits vergeben. Für die Bauherren von der Firma Quattrohaus liegen die Gründe dafür auf der Hand. Schön ist natürlich, dass dieser innerstädtische Standort hier direkt neben dem Theater so einen guten Zuspruch gefunden hat. Hat natürlich sehr viel Spaß gemacht. Der Vorteil ist, glaube ich, jedem klar, wohnen in der Stadt in unmittelbarer Nähe zu allen Einkaufseinrichtungen, zum öffentlichen Verkehr. Und trotzdem genügend Ruhe ohne störenden Straßenlärm. Die zwei bis vier Raumwohnungen sind hell und haben eine Fußbodenheizung. Große Fenster und ein Balkon in Südlage sorgen für eine angenehme Wohnatmosphäre. Also hier in den Meldehöfen haben wir eine erstklassige Lage, verbunden mit einer tollen Bauqualität. Und eine super Ausstattung. Von den insgesamt 40 Eigentumswohnungen sind noch drei verfügbar. Eine individuelle Raumgestaltung ist dabei selbstverständlich. Der großzügige und breite Flur bietet viel Platz und ist damit mehr als nur ein Durchgangsraum. Von hier aus gelangt man ins Wohn- und Esszimmer mit angeschlossenen Balkon. Die große Küche bietet ebenfalls Platz für einen Esstisch. Praktisch, auch sie hat einen eigenen Balkon. Zurück im Flur geht es ins riesige Badezimmer. Entscheidend zwischen Dusche oder Badewanne war gestern. In den Meldehöfen gibt es beides. Und als extra wieder einen eigenen Balkon. Ein Fahrstuhl gehört dazu und Rollläden auf jeden Fall. Und wenn man flachgefließte Duschen und Laminatboden hat, dann ist das umso besser. Die neuen Meldehöfe überzeugen aber nicht nur von innen. Zu jeder Wohnung gehört eine Garage. Entweder im Haus integriert oder zwischen den Gebäuden platziert. Viel Komfort, der aber erschwinglich ist. Zusätzlich gibt es gute Finanzierungsmöglichkeiten von Sparkassen und Banken. Eine Wohnung bezahlt jeder in seinem Leben. Entweder die eigene Wohnung oder die des Vermieters. Hier in den Meldehöfen hat man die Chance, der eigene Vermieter zu werden. Die Firma Quattrohaus bietet allen Interessenten eine individuelle Beratung an. Weitere Informationen rund um die neuen Meldehöfe gibt es auch im Internet unter quattrohaus.de.